Es gibt ein gutes deutsches Sprichwort Übung macht den Meister und genau das kannst du auch hier bei uns im Sprachcafé machen üben. Dann wird es locker sein, wenn du zum Beispiel nach Deutschland hinfährst oder die deutschen Freunde hier begegnest. Dann kannst du mit dem Deutsch plaudern, aber zu Hause alleine. Wozu? Deswegen haben wir ein Angebot für dich und nämlich Sprachcafé. Mach mit!